1.300 Tage sind wir vor. Vor? Effektiv. Minus tief. Also ausser den E-Dölf. Ja, ja. Was ist das? Steine. Direkt aus dem Tiefkühler. Letztes Mal ist geil gewesen. Nein, der kommt im Tiefkühler. Ja, der kommt im Tiefkühler. Ja, der kommt im Tiefkühler. Also, oder? Schwieglenbutter mit Frischkäfer. Entgüttel. Mit Tiefblot. Das ist schwierig. Ja, der kommt im Tiefkühler. 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 Ausprobieren? Ja. Guck mal. 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 Vielen Dank.